Im letzten Talk geht es darum, was eigentlich passiert, wenn ein Open-Source-Projekt wächst. Titel war Einblicke vom Basar eines Open-Source-Projektes, das Beispiel QGIS. Im Anschluss daran eben nochmal Frage und Antworten und dann die Lightning-Talks. Es sind nach wie vor drei Spots offen, also wenn jemand ein Projekt vorstellen möchte, einfach kurz über Work in Progress reden, sowas in die Richtung, dann da ist noch das Flipchart zum sich eintragen. Es ist wieder eine kleine technische Umbau-Pause eingetreten. Es wird Laptop gewechselt, es werden Mikrofone, Headsets getauscht. Aber es sieht gut aus, es geht voran. Kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln, bis es losgeht. Bin ich schon auf Sendung? Wunderbar.